Hallo, ich bin die Christina. Ich wohne auf der schönen Zauralm. Und obwohl ich über das ganze Laufenthal sehe, habe ich dann einmal drüber ausgeschaut. Und da ist er dann gewesen. Und da bin ich jetzt, Patrick Hasi, Kuh aus Grafenstein und bin da schon lange Jahre abgemalt. Aber da war leider nie die richtige für mich dabei. Christina studiert Nutztierwissenschaften auf der BOKU und hat auch privat die größte Freiheit mit ihrer Limoherde daheim auf ihrem Betrieb. Der Patrick studiert Geografie in Klagenfurt. Und weil er so ein naturverbundener Mensch ist, zahlt Jagern neben der Landjugend zu seinen größten Hobbits. Weit muss heil. Kennengelernt haben wir uns beim Bundespflügen 2011 in Niederösterreich. Und das erste Kärntner Landjugendbärchen wollen wir wir werden, weil... Unsere Beziehung ihren Ursprung in der Landjugend hat.